Also das hier zurzeit ist das neueste Projekt von mir und einem Klassenkameraden. Das ist so eine Art Escape Room, die wir so ziemlich alle kennen. Also ein paar Rätsel und dann hat man gewonnen, wenn man diese ganzen Rätsel gelöst hat. Hallo, ich bin der Niklas Fröbrück. Ich bin gerade zurzeit in der Ausbildung am Letterverein Berlin als Medieninformatiker mit Schwerpunkt der interaktiven Animation. Also mein größter Traum ist natürlich, wie ich glaube, schon mein ganzes Leben lang, seitdem ich diese Videospielewelt entdeckt habe, eigene Videospiele zu entwickeln. Dafür wird man hier gut vorbereitet. Das ist Unity 3D. Das ist eine Game Engine, wie eine der besten Game Engines, die auch for free sind. Was mich reizt hat, ist ganz einfach. Vorher habe ich nur an der Playstation 2 zum Beispiel gespielt oder jetzt am PC. Und ich finde das einfach sehr cool zu sehen, wie weit die Technik schon gekommen ist und was sie noch werden kann. Unterricht hier ist so ein Geben und Nehmen, wie man es üblicherweise kennt. Wir stellen Fragen, der Lehrer kann beantworten, kann helfen und löst dann auch meistens schon die Probleme durch die Erfahrung, die er gesammelt hat. Also wie soll man sagen, hier, früher in mir wärst du täglich im Wandel und das hält nie an. nicht da sein. Du fragst immer mehr Kolmil, aber doul målfurt 꽃ende, Ich versuche oft, es ist das in Wege Kerry zuel animiert. Ich versuche mich nach Keinexusus, Vielen Dank.